What's up? Was? 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 Hey, wir... Oh, hey, da ist ne fitte Flagge. Auf diese Insel dahin. Was? Ehrlich? Oh, das ist vielleicht die erste große Insel. Hi! Panik! 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 Oh mein Gott! Au, au, au. Mein Kopf. Oh, der sieht wirklich groß aus. Oh je. Geil. Ey, haben wir nen Anker? Nein. Aber wir könnten... Ich wollte ne Bahn machen. Ist jetzt der Bahn fertig? Dann wird man mit einem großen Anker machen können. Brauchst du nur einen? Ich glaub schon, ja. Und der Bahn wäre fertig? Ja. Warte, schau mal kurz. Ja. Du brauchst drei Metallbahnen. Ja, wir zwei haben wir ja schon. Oder hast du die verwendet? Weil ich seh die grad nirgendswo mehr. Hast du die schon verwendet für irgendwas? Nee. Das ist doch, ein Bolzen habe ich ja gestellt. Nee. Komm, jetzt machen wir mal kurz so ein billig Ding. Weil ich seh ich... Ich will die ganze jetzt so'n scheiß Anker herstellen. Du nutzt die ganze mein... Oh, Mann. Nee, aber ich gedacht hab irgendwie so'n Topf wäre auch ganz nice. Was? Du hast jetzt zwei Metallbahnen? Nee. Eine. Nee, ich hab gar keinen. Die hab ich hier reingetan. Die hast du ja rausgenommen anscheinend. Die waren hier drin. Hast du überhaupt keine... Okay. Nee, ich tu' ja mein Zeug immer meistens in mit Ruhe. Wo du's gleich wieder rausnimmst. Ich, 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 ich. ich habe ich habe hier eine fette kochstation vielleicht ein bisschen näher an oder kürzlich geh hoch ja wir werden angegriffen hallo scheiße obwohl da geht's auch hast du ja schon den billig angaben ich habe keine auch jetzt gemacht gut 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 dann mache ich den schnell was wenn man nicht raus schmeißen und nicht raus schmeißen und nicht raus schmeißen jetzt kann es noch ausschmeißen oder heißen schiff in diesen außenposten hallo hallo mit ihnen es ist hier los was ist da soll es sein plank eine plank eine funkgerät hier ich habe von gerett kapitänsmütze da ist wieder ein bisschen schrott das kunststoff aha ein bisschen schrott ist nämlich mit wo sehe ich diese in acht hält da oben da ist die holly molly unter wasser ist viel zeug ja okay ja ich sehe nichts gut da komme ich mal nicht hoch also wie hat er diese scheiß flacke hoch wird und da brauchen wir schaufel oder wat pilze kann man dort irgendwas machen nein ich bin voll das ist doch jetzt ehrlich nicht denn ernst oder was so wegen dem scheiß weil ich da sortieren wollte aber das kann man noch nichts machen jetzt ist ja langweilig ich muss mich schon schnell entleeren und wo bräuchte man doch da bin ich durch das loch gefallen ehrlich höhlenpilz hier mal ein höhlenpilz das was braucht man für die schaufel bolzen um schmutz mitzunehmen ich brauche hier erstmal eine ordnung es ist ich krieg das nicht hin ohne ordnung ja das ist noch ich will doch mal ja heitschill vielleicht nur noch die musik vom weißen das ist irgendwie doof jetzt dass der heiter ist so genau da ist dann das futter drin da ist dann der chaos drin ich bin etwas enttäuscht von etwas kürzern ja da kommt wieder rein hörst du die musik ja ja okay alles klar du bist du bist scheiße ja am besten niemals vogelnest oder das ist in ruhe schlafen können hast du den pilz aufgenommen den höhlenpilz ja ja habe ich gesagt den höhlenpilz habe ich gut 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 weißt du magst du hier ein bisschen holz fällen oder ach ja genau das habe ich gerade gar nicht mehr gedacht qt t ja geil irgendwie ist alles wieder voll bei mir ja bei mir war auch alles voll das war mein problem deswegen bin ich aufs schiff gegangen und ähm ja fuck ja ich muss noch mal kurz wenn kann man da irgendwie rein hast du die kiste da drin komme ich da irgendwie ich brauche da rein wie doof da ist doch eine kiste das sehe ich doch da hast du das obwohl kann ich den höhlenpilz irgendwie erforschen ich komme da nicht rein ach doch da so kiste aufheben oh alter ein metallbahn zweimal kletter blanke alter ist eine riesen kiste holy moly die hast du übersehen beim schiff echt okay mhm hey hey oh ich bin grad verduscht und immer fett am verduschen ney aber du musst aufpassen nicht dass es dann im video hier die probleme gibt auf youtube das ist dann nicht dass die ganze kacke dann gesperrt wird ich brauche glaube ich einen neuen sperr aber ich habe keinen platz gerade das ist gerade ja wir brauchen noch eine kiste eigentlich ja ananas haben was ist denn das ach die cocking station was ja ich weiß zwar nicht wie man damit kocht aber es sieht ganz geil aus also jetzt noch mal ein holz sperr so dann kochen wir die ganze kacke hier mal braucht frisches wasser alles klar alles braucht hier frisches wasser ist doch zu bieten den kars ja ich mache hier alle pflanzen zu ein so dann geht es noch mal kurz holz füllen so dann tue ich da jetzt mal bei dem forschungstisch wo sind jetzt da die fehler reinhauen ach so viele haben wir schon erforscht mit toll euro nein bleibt weg blöder blöder so schau mal ich wollte auch noch mal kurz runter gucken ob da was ist nein da ist schrott aber ansonsten das sind vier plätze und da tut man dann die dinge truff irgendwie und dann es braucht weniger rezepte rezepte habe ich in einer truhe das sind ganz viele vier rezepte sind da drin schau mal nach naja da früchte kompott was machen wir mit früchte kommen kann man das hier ist ja lustig das kann man so hinten ist ja lustig das ist geil gemacht das ist geil das gefällt mir macht man da die rohen baum materialien rein mit den ganzen krass raus den schrott muss ich da auch rein ich glaube ich habe keinen vogel gekillt aber irgendwie hat der es überlebt anscheinend so was haben wir deine schmelze drin aufnehmen inventory platzieren habe ich eine kartoffel ich habe noch so viel zeug in meinem öde ich brauche so einen rucksack oder sowas ja ein rucksack wäre geil das stimmt jetzt brauche ich jetzt mal dass da so mit dem tränen habe ich immer noch so viele probleme weil ich dann immer wie ein forest einfach drauf bleiben will und denke mir hä ach das brauche ich wieder wasser hier glas 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 schmier seil schrauben ich finde eigentlich nur im sortieren hier so dann hier das hier noch mal rein jetzt hat er da schon wieder irgendeinen scheiß reingetan was ist denn für die kapitänsmütze ja keine ahnung was ich mal damit machen soll weil so ein inventor hat man ja nicht dass man diese irgendwie anziehen kann keine ahnung ob man die irgendwo hängen kann dann vielleicht mal einen kleiderschrank hatte ich wollte es nicht wegtun ja haben wir irgendwas übersehen soll man hier mal tauchen gehen irgendwie ist hier noch ist ja noch irgendwas ja unten wäre noch was aber daheim war vorhin die ganze zeit da wie hast du das dann sortiert wir brauchen noch mal ein großes lager ich habe da hinten habe ich doch ein zimmer hat ein großes lager geworden das ist eines rohe materialien es ist so die rohmaterialien das andere sind die fertigen das ist alles nicht so leicht wie ich das sortieren wir könnten aber mal weiterfahren und mehr sammeln oder mag sie ja mal ich glaube nicht wo ist denn der anker auch da ich tue einfach das kopf ich habe keinen bock mit alles einzuschmelzen das kann ich sagen wir machen damit leider scheiß drücker dann trinken wir noch ein schlücklein genau dann tun wir es wieder auffüllen obwohl das ist dann dahin was ist wenn man mehrere hat oder gibt es nur vier kam also ich habe früchte kompott doppelt gehabt und dann habe ich das einfach weggeschmissen jetzt mal soll ich noch mal eine angel holen damit ich mal uns diesen einfachen fisch eintopfen kann also eine ananas melone und den ganzen kars haben wir alles also früchte kommt nee da ist aber so eine beere dabei der die haben wir noch nicht nähe das ist alles am wachsen hier das schmeißt sehr gut das loch damit unbedingt stopfen weil das ist ja furchtbar falle ich immer wieder rein wenn man da steht zweimal von dem den kann ich auf eine anplatz das ist ja einmal rum tschüss insel hörst du jetzt auf ok check jetzt aber was denn blanke platzieren hab ich holz da kann man viele blanken rein stoppen jetzt schau mal jetzt habe ich das hier du entkommst mir nicht jawohl haben jetzt was überrascht ist es jetzt diese mahlzeit ist nicht so gut gelungen wie nicht gut gelungen was nämlich war aber kann es sein dass ich dann bringt es aber jetzt habe ich rausgefunden mit diesen nussschalen tonschalen kann man das essen dann daraus nehmen wir müssen mehr essen machen ja was ist sich das mit diesem kochen das raus obwohl eigentlich braucht frisches wasser ja kannst du mal ein bisschen rein klatschen ich kochen ist aber ein bisschen ich koche uns aber ein bisschen diese fangnetze die bringt so sehr das ist so ja ich habe mich schon weg die kartoffel hast du kartoffel angepflanzt ne kann ich aber ich habe noch viel welche alles gut ok nein 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 du entkommst mir nicht fast da ist wieder eine insel wieso ist da eine kupferbahn dran wie es ist der metallerz drin ja wo ist die insel jetzt ja ich glaube die haben wir verpasst da haben wir jetzt ich glaube ich schaffe man nicht mehr oder meinst du das schafft man noch der schafft man ich komme das so auf die treppe leiter noch nicht hoch wir müssen wahrscheinlich wieder ein anker bauen aber vielleicht können wir nicht mal mit dem festen anker bauen das wäre ganz gut und zwar baust du schon ne ne gut dann mache ich schnell dann schaue ich dass ich das schnell mache dann baue ich bahn schanier und seil fehlt mir ein bisschen seil dann muss ich seil herstellen schnell so ja sieht gut aus wir sind auch gut hingekommen zu uns so warte ich muss vielleicht noch ein bisschen lenken blööö nein ne scheißtreppe ach du scheiße ähm 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 das holz genau hat er reichte schon der wie groß ist der bitte das macht mir keine angst da das jetzt das ding werden wir doch dennoch ach so kannst du den in der mitte schneller wegreißen kannst du da in der mitte gehen in der mitte ja ja das ist ein trick hat die schnellen ding der braun hier so ein riesen das ist voll blöd die müssen wir dann irgendwie anders stationieren naja das ist jetzt nur schnell gewesen schnell schnell aber das ist eben nie ins linge naja ja das macht nichts bist du beim anker ja soll ich euch denn haus was ist blumen 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 welche blumen haben mal geil nehmen die mit die blumen das sind die blumen müssen besonders irgendwie habe ich angst dass man die blumen ist nie mitnehmen und dann sind die richtigen endgame was das ist schon mal wichtig wenn dann gibt es ja auch in unmengen also er für farbe halt man kann da wahrscheinlich dann halt rumstreichen ach jetzt habe ich kein stein mehr was ist das ein stein das freundlich ich habe hier einfach mal ein bisschen hin und ich weiß nicht vielleicht muss man so eine gewisse stufe erreichen bis man so diese end inseln findet vielleicht das kann sein ja dass du damit gespielt das irgendwie halt irgendwie erkennt ja was ist denn das eine kiste wow alter digger war da viel drin unter wasser war eine kiste unter wasser war da eine kiste grad dann nehme ich jetzt mal auf und heilige maria kohls war da viel drin oder ist der heiter ist der heiter ist nein ich werde angeklafen wo bin ich links grad gut so das sieht schön aus kiste öffnen eine worte mal her ich bin doch los schrott aufnehmen herr wieso hast du solltest vergessen hier alles aufzunehmen ja weil ich wollte kann auch nicht mehr aufnehmen weil ich voll war hey lässt du weg da ab 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 das nutze ich mal lass mich da hoch so jetzt pass auf jetzt wollte ich wollte ich doch da wollte ich in genau nehmen 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 pflanzen 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 so die muss ja wir müssen dann auch langsam dran denken diese folge dann schon beenden gut lieber kann ich mir hier rein tun dann da ist kein schrott die bolzen die kann ich hier rein tun die bahn kann ich hier rein tun die nägel kann ich hier rein tun seil kann ich hier das kann ich hier her tun das werde ich nach und nach schmelzen alles kann ich alles nehme ich alles in mein inventar weil ich das nach und nach schmelzen werde das kann ich hier oben stecken nachhaltig wollte noch den schrott das kommt dahin das werde ich auch zu mir nehmen soll ich muss beiden mal eine leere flache ach das wäre vielleicht gut unterwegs oder zum trinken wollte gerade sagen wahrscheinlich das kann sein das wäre gar nicht mal so schlecht vielleicht aber wir brauchen noch zwei kleber noch meinen rein das wieder füllen hast du es eigentlich schon gekocht beginne mit dem kochen ach so ja war eine keine ich habe schon gekocht aber irgendwie habe ich das rezept falsch gemacht nur ist ein misstraße ach so weil er ist eigentlich vier slots aber das stehen zum beispiel zweimal fisch und zweimal so rüben und so was irgendwie habe ich das nicht geschnallt wie man das hintereinander das ist die flasche für dich hier ist eine flasche für dich und die kann ich das auch mit süßwasser füllen ja genau ach unten ist für die folge ist sehr gut das ist cool weil dann können wir dann bin ich auch mal langsam kümmig rein also langsam bin ich drin in dem modus hast du grad was ich glaube die hat gerade was mitgenommen ja hat sie so ein kleiner schlawiner kann man nicht operieren das nervt was kann man nicht operieren die vogelscheuche ja das verstehe ich auch nicht du kannst auch da stehen und zeigt es dir an ja wollen wir noch mal drauf haben irgendwas vergessen willst du noch mal tauchen oder so weiter ich glaube man kann weiter wird ja da müssen wir uns halt schnell was einfallen lassen dann irgendwie rumbauen und dann weil wir hier eigentlich die zwei brauchen wir noch mal für unsere fangnetze normal ja ganz schön ganz schön ach so wir müssen vielleicht mal oh gott das wackelt hier so sehr hallo ja jetzt weiß dann die habe ich da noch mal rein und ach da habe ich auch noch mal was gut ähm gibt es jetzt was besonderes das braucht man eigentlich alles nicht ach man schläft man auch leben zurück einflossen glaubt er heißt sie da schon ziemlich geschädigt das tut ja das kann man ganz gut gebrauchen weil wir wollen ja ordentlich steak brauchen und ich würde sagen wenn du wieder da bist folge werden ja unbedingt danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge du bist du hin und alt das ist ein vogel nein ok jetzt soll ich jetzt zu legen jetzt ist ok tschüss